Hallo Leute und willkommen zum 81. Part vom Tidequest Multiplus Play mit üblichen Verdächtigen. Ich habe heute mal einen Part nur mal gesagt, weil ich mir die mal gemerkt habe. Der Fisch ist auch da. Hi. Also ich habe jetzt gedacht, du hast darauf gewartet, dass ich dich anspreche. Habe ich nicht, ne eigentlich nicht. Ich war gerade einfach nur am Schreiben und... Crabs. I have crepes. Ja. Ähm, ja. Freddy, hast du gleich noch Lust, Meatball zu kommentieren? Ja, sein muss. Ich habe jetzt einen Controller. Da wollte ich mir aber erst noch was zu trinken für. Ja, ich auch. Äh, ja, wir sind übrigens immer noch hier im Styx-Teil, da oben ist ne Quest. Ja, hier geht's weiter. Lass uns nochmal zurückgehen, wir haben nämlich alles erkundet. Hier, dass du da weiter geht, hier gab's doch noch irgendwie so einen Boss, den wir töten sollten. Hier ist ne Quest, daher geht's hier bestimmt weiter. Oh ja, aber es gibt auch ne verfickten Nebenquest hier noch. Lass es einfach geschehen. Ich lass dich dann mal geschehen. Ihh. Das ist du. Ja, hier oben der Teil ist nicht erkundet, weil... Ich hab die Krabner auch getötet. Okay. Der Teil ist nicht erkundet, weil... Bug. Einfach Bug. Weil Bug... Weißt du was der Bug ist? Ja, das ging doch am Heck. Ja, was ist das Heck? Heck ist hinten. Bug ist... Vorne. Mensch, nein! Nicht jetzt. Genau das. Wir machen wichtige Sachen. Ja, man hält dich nicht, ich hab dich auf Kopfhörer. Ich weiß. Okay. Das war eigentlich nur so ein Gag an die Zuschauer. Achso. An die Zuschauer. Hi Jörg! Nein, Jörg guckt ja momentan nicht. Da liegt was für dich. Ja, er guckt bei dir nicht. Hehe. Bei mir auch nicht. Aber ich hab irgendwie drei Aufrufe nur wieder. Ja, ich hab momentan auch ein bisschen mehr Aufrufe. Wahrscheinlich wegen dem Typen, der uns auch auf Steam angeschrieben hat. Der hat das geendet so. Ich hab ihn sogar angenommen. Ich auch. Der hat mich richtig glücklich gemacht an dem Tag. Und der will, dass ich mir TTT bringe. Kommt, sobald ich Internet hab. Und nen guten Server finde. Und was zu deinen Lieblingsvideos von uns? Ja, TTT und Cry 4. Ich mach bei Cry 4 nicht mal mit. Ja, bei TTT auch nicht, wirklich. Doch. Ja, ich weiß. Du hast irgendwie vier TTT-Parts und zwei davon bin ich. Nein, du bist in jedem. Oh, guck mal. Bosskabel. Nein, du hast doch noch welche ohne mich gemacht. Nein. Nicht zu liefst. Ich hab so übrigens mehr als drei Parts TTT. Ich hab ja vier gesagt. Er hat mich gewonhitted. Ich war zwar schon ziemlich tot, aber er hat mich gewonhitted. Ja, ich hab auch mehr Parts als vier Parts TTT. Fünf? Ich hab das mit den Spasten und ich hab das, was wir mal aufgenommen hatten. Ich hab sie grad am Weglaufpunkt, die Krabbe. Oh, oh. Sie machen irgendwelche Buffs. Gut, dass du Agro hast. Was für ein Faggot. Nix verloren, Schlampe. Da oben ist ein Bossgegner, der sich bewegt. Schlapp, Schwanz! Geh sofort zurück und leg die Fotze flach. Was? Ich glaub das ist dieser, der Questgegner, den wir töten sollten. Ich glaub auch. Nö, ich nicht. Nö, ich nicht. Aber denkt dran, ne. Spiel ohne Helikopter. Was denkt ihr, was das gekostet hat? Ein Fuffi. Okay. Mein Jahreslohn. Ein Fuffi. Und jetzt soll sie nicht Gärtner werden. Weil ihm dann den Job klaut. Ja, und da verdient noch weniger Knöte. Oh, ne. Oh, nope. Oh, yes. Die Finger hast du ja schon mal. Das sind doch die Eierkörper. Das sind die Hodenkobolde. Oh, yes. Merke, der macht viel Schaden. Das ist ja ein Held. Hydradonen-Held. Der macht irgendeinen Vertravenschaden. Ich mach hier mal so eine Dings und eine Schandarte. Ich bin tot. Er wollte meinen Heils auch nicht machen, oh man. Stop it. Bad thing. Bad thing! No. Wah-wah-wah-wah-wah. Es ist tot. Boah, was? 4 Punkte? Oh mein Gott, ich kann es meinen Rüstungen benutzen. Best. Day. Ever. die aufgabe aktualisiert müssen wir nur abgeben oder sie fährt nicht dieses fährt kein plan und ist fertig gut wo bist du mit level schrift rolle ok immer noch ungefähr anderthalb auseinander ok wollen wir zuerst hören in die höhle in die höhle hoch geht weiter würde das dann da los da 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 warst du euch mal beim neuen asiatener stadt meine freundin meint das richtig geil ist man diese box to go aber ich gehe da mal vorbei wenn ich zum backwerk hier und da ist so was backwerk ach so ja meine freundin meint das extrem geil also das besser als der andere an der stechbahn und jetzt weiß jeder in welcher stadt wir wohnen dass wir auch nicht schon ein paar mal gesagt haben irgendwo nein nein ich habe heute eine youtube-nachricht bekommen von wer von ich habe seinen namen vergessen auf jeden Fall wollte er wissen ob man auch das half-life addon ohne half-life spielen kann aber ich weiß es nicht weil ich ja die komplette collation gekauft habe und so habe ich ihm das auch gesagt ask google google is your friend er hat's gegoogelt auf google findet man auch nichts ok also meine idee ich habe es nicht so genau gegoogelt ich habe gar nicht gegoogelt ich bin eigentlich einmal kurz auf wikipedia gegangen habe da keine lust mehr gehabt ok ask google again aber für google müsste man googeln ja ähm ich krieg grad schön wieder eine richtige schöne migräne attacke das war richtig gut ich glaube du kriegst auch einen titan-crest-migräne nein ich glaube ich krieg einfach migräne weil ich mega verschnupft bin jetzt wieder arschviel rede und als ich this day ever um wir hätten den partischen muss ut Neighbor Na ja, das hört sich sehr falsch an. Ne, das hört sich genau richtig an. Genau das würd ich mir mit dem Part ausdrücken. Man kann jetzt bei YouTube auch 60 FPS hochladen. Ja, ich werd's nicht machen. Ich auch nicht, weil ich keinen Bock hab. Weil die Videos dann noch größer werden, einfach. Nein, die werden nicht größer. Echt nicht? Die FPS-Anzahl ist bei unserem Render 2 egal, das kommt nur auf die Bitrate an. Ja, und die Bitrate muss höher gestellt werden, wenn du mehr FPS hast. Nein, musst du nicht. Ja, bei uns. Alter! Mich kotzt grad ein bisschen an, wie viel Schaden die machen, ne? Ich hab keine Ahnung, irgendwie komm ich richtig gut durch. Ich mach richtig viel Schaden. Ja, weil die mich halt alle tanken. Äh, weil die mich halt alle tanken. Nein, keiner fokuss dich. Fatal steht. Ach ja, danke. Hab ich schon wieder komplett vergessen. Ich hab übrigens gestern Sacred 2 angespielt. Und? War ein Fehler. Ja. Ist scheiße, ne? Ja. Sag ich doch. Aber es gibt irgendwie so einen Skill, da kann man sich so einen Dämon rufen. Und der greift sich dann noch 5 Sekunden an. Das hab ich natürlich gemacht, die halbe Stadt ist gestorben. Ihr habt doch gesagt, Sacred 2 ist nicht so geil. Ja, aber ist auch nicht so schlecht, wie du es immer behauptest. Okay, es ist schon verdammt scheiße gewesen. Als ich das erste Mal allein gespielt habe, war es gar nicht so schlecht. Aber als ich es dann online gespielt habe, war es der größte Dreck, den ich jemals gesehen habe. War es das? Ja. Okay. Wir müssen vor der Höhle noch ein bisschen was unten erkunden und dann können wir hochgehen. äh, ich brauche übrigens als nächstes nur eine neue Tastatur. Kann sich ihnen bestellen. Ah, ja, könnte ich sogar, aber... Wir werden vielleicht bald Black Ops 2 das playen in Zombie-Modus. Oh mein Gott! Was, ein Asphalt-Tiger? Ich bin doch fast gestorben. Lass man nach oben gehen jetzt. Ja. Der Part, den wir ausgepiept haben, ist gestern hochgekommen. Fällt mir gerade mal so auf. Obwohl ich einfach alles rausgeschnitten habe, weil ich keinen Bock hatte. Ja, ich habe ihn ausgepiept, weil das Render-Tool dann erst verarschen wollte. Dass man auch nicht einfach den Sound von einem Video eine kurze Zeit lang still machen könnte. Wahrscheinlich gilt das. Ihr wisst nun, oh mein Gott, noch ein Arsch voll Ärsche. Oh mein Gott! Ja, Entschuldigung, oh mein Code. Oh mein Gott! Oh meine Ziele. Er ist schon tot? Ich habe einen Tyrant der Verringer bekommen. Ja, ich habe den irgendwie getötet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie jetzt extra viel Schaden habe. Ja, ich nicht. Ich habe mal ein Schild gefunden. Ich habe immer noch die Stats verstanden. Hä, wo sind die hin? Automatisch hinzugefügt. Tyrant der Verringer hat eine Gesundheit der Verringer, das war von 47%, von 74%, nein 47%. Was denn was? Ein Schild. Rech mal rüber. Moment hier. Du fängst dabei einfach weiter. Ja! 10 Minuten sind gleich rum. Was? 10 Minuten sind gleich rum. Oh fuck. Hast du auch einen Timer? Äh, nee. Also ja, aber... Ja, dann kann ich meinen Sperr nicht mehr benutzen. Aber ist der gut, der Schild? Ja. Was brauche ich für den Sperr mehr? Ähm... Geschicklichkeit, ja. 4? Ich könnte irgendeinen Ring mit Geschicklichkeit anlegen. Ah fuck, tut das weh. Ja, aber ansieht, hört sich das Schild geil an. Jetzt hab ich dich geheilt. Danke. Bitte. Haben wir eben eigentlich einfach einen Punkt auf alles gekriegt, oder? 4 Punkte auf, äh, gibt's Konstitution? Nein. Dann war's wahrscheinlich Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Ja. 4 Punkte jeweils. Okay, nice. Wir können mal Questlog gucken, ja, Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Okay. Ich hab übrigens gestern ne Schramme im Auto gefahren, das war ziemlich scheiße. Ich hab übrigens gestern ne Schramme in meinen Arm gemacht, das war ziemlich scheiße. Und in meinem Bein, und in meinen anderen Arm, und in meinem Kopf, und... Hast du hier mit dem Rad-Dalag gespielt, bist du reingefallen? Nein. Ich hab mit Bäumchen gespielt. Bist reingefallen. Ja, tatsächlich, mit der Leiter. Ich bin einfach umgekippt. Das hört sich ziemlich schön an. Das war richtig scheiße, Alter, hat richtig... ...schön gebrannt. Statt der Verlorenen. Oh ja, 25 FPS. Statt der Verlorenen. Seelen. Oh, stimmt, das ist ein Punkt. Hübscher Punkt. Freut mich hier nichts. Händler wär geil. Ja. Aber guck mal, Kopfhüßeln, heißt, kein Geist, das ist Missgeburten. Und wie gibt's im Haar, das keine Händler, hab ich das Gefühl, ne? Im Stix gab... Nein, im Stix gab... Da gab's auch keinen. Ja, was soll denn hier verkaufen, das ist ein Geist, ja. Hier gibt's irgendwie ziemlich wenig Schreine, oder? Ich hab noch gar keinen gekriegt. Wahrscheinlich gibt's in der Totenburg keine Schreiner. Und keinen Händler. Und keine Pisse. Was schade ist, denn sie strillen, ich mach den Geschmack. Ja, und ich muss mir gleich noch was zu trinken machen. Ich auch. Dann müsste ich ne Cola holen erst mal. Ich nicht. Dann muss mal den Apfelsaft hier stehen. Und den Apfelsaft. Scheiße, der ist leer. Muss ich zum Schrank latschen. Ich hab mir gestern noch ne Flasche Doktor Morgen geholt. Doktor Morgen. Doktor Morgen, wo ich dir das draufschreibe. Du hast gestern noch eine geholt? Nein, nur die, die wir zusammengeholt haben. War das schon gestern? Okay, das war vorgestern, Entschuldigung. War das gestern? Weiß ich nicht mehr. Mit dem Doktor Morgen-Aufdruck, äh, mit dem Doktor Morgen-Humpen. Was eigentlich der einzige Grund war, weil ich noch an hier stehen hab. Ich hab momentan definitiv zu viel trinken rumstehen. Du meinst zu wenig? Nicht unbedingt. Kannst du für morgen vorglühen? Ja, ich muss fahren. Ha, ha. Musst du nicht. Deine Freundin fährt. Ja. Sie hat gesagt, sie fährt nur unter bestimmten Bedingungen. Und die sind nicht so gut für mich. Die Bedingung ist, dass du nichts trinkst. So ungefähr. Best. Decision ever. Ja. Dachte ich mir auch so. Hey, fahr du mal, ich will trinken. Ja, aber du darfst nicht trinken. Okay. Wow, ist falsch sinnvoll. Vielleicht sind wir eigentlich noch vom Ende entfernt, weil... Ich hab keine Ahnung. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen schon bekannt davor. Oh mein Gott. Also dann hier dürst du nicht gewesen sein, wenn du durch das Portal gegangen bist. Nee, nee, nee. Ich bin durch das Portal gegangen, also... Du hast geflasht. Ich weiß. Ich bin noch zwei Level entfernt von dir. Hm. Jetzt ist mein Horn voll geskillt. Fünf Fähigkeitspunkte? Ich glaub, ich hab ja vergessen zu skillen. Äh, Wurfmöster als Auffall. Äh. So, dann kann ich hier noch. Wie früh war ich hier noch? Drei. So. Ich müsste mal irgendwas killen, dass ich weniger Energie verbrauche. Oh, hier geht's raus. Lass mich rein! Boah, das kriegt man grad für, glaub ich, 30 Euro auf Steam. Welches? Neuer. Nice. Halloween Sale ist, ne? Ja, ist aber nichts Geiles drin, was ich gesehen habe, so. Icehack ist bestimmt drin. Hast du Icehack schon? Ja, aber Icehack ist immer drin. Ich werd mir einen neuen Teil von Icehack kaufen. Vielleicht. Weiß noch nicht. Ich find den alten Teil schon extrem lustig. Ich hab bei Zombie jetzt grad die Wiederaufforderungssession geguckt. Er macht einfach jeden Run. Schafft er. Achso, hier, das nicht. Jeden. Ich schaff keinen. Ja, ich hatte auch mal ne Zeit, dass ich jeden Run geschafft hab. Aber, äh, als ich letztens angefangen hab, ich, äh, scheiß Eises bekommen, dann... Vor allem, er kriegt auch immer extrem geile Items. Den einen Run nicht, als er mit Kane gespielt hat. Aber das hier hat er trotzdem irgendwie geschafft. Ja, klar. Alter, fuck. Das war grad ein bisschen knapper. Schnapper, willst du? Ich hab nur noch zwei Heiltränke. Ich hab doch 22. Ja, weil du auch mal die meisten kriegst. Nein, ich krieg richtig wenig. Ja, stimmt, weil ich jetzt mal looten gelernt hab. Ha, paar looten. Äh. Der war richtig schlecht. Ich hab jetzt richtig viele Skills schon voll. Drei. Einen voll. Skills oder auch Überskills? Was für Überskills. Ach ne, ich hab auch drei voll. Ja, halt, dass die Skills noch besser werden. Ne, ich mein jetzt einfach nur so ein Skills an sich. Ich will mal die Überskills fertig kriegen, weil die geil sind. Du meinst die Verbesserung der Skills? Ja. Da muss schon wieder ein Brunnen? Schon wieder? Der letzte ist erst sechs Kilometer her? Hä? Wir sind grad vor der Höhle war ein Brunnen. In der Höhle war ein Brunnen oder so? Hier drauf. Nein, vor der Höhle war ein Brunnen. Nach der Höhle war ein Brunnen. Ernsthaft? Ja. Hab ich mir mitgekriegt. Wie gibt's hier? Wie sind da mehr? Oder wie? Brunnen am Brunnenort. Du bist ja nicht so gefährlich wie ein Panda-Bär. Das war ein Zitat. Danke. Ah, ich hab keine Haltrenke mehr. Good to know. Wenn ich mich, äh, stun, bin ich ein bisschen tot. Ja, vor allem weil du immer mehr pullst. Oh ja, ich bin vollgeheilt und tot. Bitte achten Sie da drauf. Und jetzt bist du gestorben und danach warst du jetzt geheilt. Ja, bin ich ja auch. Weil ich mit 24 Leben versucht hab, mich zu heilen. Da hab ich gestorben und hab ich mich geheilt. Was? Geh mal nach Rodas. Okay. Da greift mich grad jemand an. Hoffentlich sterbe ich im Port-Vorgang. Ah, du bist schon fast dort. Sehr ernst? Halb, ein bisschen mehr als halb. Ja, das war ich vorher schon. Oh, es lag, die Hoffnung. Äh. Der Händler an Rodas hat einen falschen Text. Warum? Äh, weil der, äh, den Text vom, äh, Arkaden Verzauberer da immer sagt. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. 112 Rüstung, Alter. Hab ich auch immer ne Rüstung? 100, nein, das war mein Helm. 120 Rüstung. Auf was, auf ne Rüstung? Äh, auf Beinschienen. Da hab ich gerade 104 nur. Ich hab 108. Mit 19 Rüstung plus. Das sind, äh, 118, 127. Also ich mach nur mehr Gesundheit Regeneration, das ist sexy. Ah, ich hab schon wieder Punkte. Äh, was geh ich mal? Stärke und Energie. Der passt gerade vorbei, wie ich sehe. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und rein und tschüss. Tschüss. Tschüss, ich verkaufe noch schnell. Tschüss. 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 Tschüss.